Hallo Leute, hier ist Bruxy! Und Dirty Spins, oder Spins, ey. Heute das erste Mal, erstens mal ein Dual-Commentary, wie man schon sieht. Zweitens mal Nightmare House 2. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, ich kann nicht viel dazu sagen, ich habe das heute das letzte Mal bespielt. Oder gesehen, wie ich gespielt habe. Guckt, ob's geht. Ja, und ich schaff's. Ich schaff's. War da nicht. Wie schon, ich hab... Hat zugeguckt und geweint. Ja, ein kleines Kind. Find mich. Ähm, und wie wir hier schon sehen, wir sehen eben nix. Schön, sorry. Sprengen kann ich auch noch nicht. Äh, kann gar nichts, außer dass... dem Licht vorgebracht. There is a light, Browse. Wir müssen sch... Ja. Okay. Wir können hier... eine Tonne nehmen. Und das? Das ist sehr gute Qualität. Sehr gute Qualität. Ja. 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 Ja, ja. 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 Wie soll denn sehen? Ich hab mich fast gestorben. Ah. Dammit, ich habe Kisten. Okay. Okay. Oh, ich kenne sie. Jemand sieht, kann mir einen Arzt nehmen. Ich hab ne Axt. Das ist ein Fahrrad. Ah, hier. Oh, ich kann es nicht sehen. Oh, ich kann es nehmen. Leute. Kann ich da nicht aufstehen? Okay, geht nicht. Okay, 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 okay. Hoi. Das Haus muss dringend renoviert werden. Irgendwie schon. Okay, ähm. Boah. Also es ist in mir als gesehen recht gruselig, das Spiel. Gruseliger als Scrum 4 auf jeden Fall. Ja, ich kann eben, wie gesagt, nicht viel dazu sagen. Weil ich beides noch nichts gespielt habe. Ja, willst du spielen? Ähm, nein, lieber nicht. Keiner. Geht zum Boar aus. Äh, ich lauf hier direkt. Ah, hier sind die. Ähm. Oh, Stroh. Okay. Lauf mal rein. Boah, fertig. So, okay. Wie man sieht, ist der Boden voller Wasser. Hier ist ich eigentlich krass. Get down, bitch. Go. Go. Diese Kiste ist aus richtig guter Qualität. Ja. Du bist cool. Du bist cool. Du bist cool. Das war noch zu sagen. Wir sind beide von dem, ähm, Clan Twist Quality. Gaming? Ja, Twist Quality Gaming Leute. Äh, das seht ihr. Ich schwör. Ich schwör. tramite Potion Slim. じゃ auch. ignND Waschmaschine. Da hab ich noch nicht gepäts." thanks Im Dank ist der Tor qui press. Ne, tun wir keine Werbung, so wichtig luôn. finder Oh yeah! Ein Waffe! Ja, die waren ja doch schon. Hast du eine Idee, was du machen musst? Eine andere. Ja, ja, mit den Küssen kann ich spielen, wahrscheinlich. Du musst die Küssen! Ja, die Küssen! Okay, ähm... This is fucking the hint! Boah! Ich werde mal loslassen, dann wird es auch gehen. Wie man sieht, ist der Mensch sehr stark. Er kann Kisten ohne seine Hände, nur mit seiner Kraft bewegen. X-Man? Ja, ist zu, klar. Die Wand sieht vielversprechender aus. Das war auch nicht schön. Er musste wirklich einen fahren lassen. Er hat wohl nur gute gegessen. Er konnte wohl nicht kacken. Er springte in die Luft. Was? Und da ist die... Ja, ja! Ja! Wie man sieht, kann man auch mit einer Hälfte vom Körper auch leben. Wie man sieht, ja. Jetzt ist die Tür offen, ne? Ja, das... Schönes Bild! Wo ist es denn? Nichts für das Quality... Äh, Quality... Top! Wo ist die? Es... Macht das Spiel schon jetzt? Und da kommt... Irgendwas. Oh Gott, Mann, ich... Jetzt hast du das Spiel schon jetzt, ehrlich gesagt. Geh nicht kaputt, erst noch mal, Mathias. Und die ist offen! Yes! Yeah! Ähm... Schon wieder das Bild? Das ist meins jetzt. Wow! Oh shit! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Egg Camper! Egg Camper! Ähm... Äh... Ja? Warte, da ist die Tür noch offen, das mag ich nicht. Okay. Weiter geht's. No, nicht das! Ähm... Das sieht... Äh, nicht so. Sehr schön. Oh! Fuck! Toll! Hallo, Zombie. Wie geht's dir denn? Was machst du so? Oh, greif mich nicht an bitte! Oh, greif mich nicht an, bitte! Äh, ne! Ich bin in der Ecke! Ah, ich hab noch Wachen dran! Hör mich deinen Magen zerplatzt, wohl nicht richtig gegessen. Das dort um dir, man. Stalker! Oh no! Ich will jetzt aufrebrennen, wo ist der Tür? Äh, okay. Okay, okay. Ja, da kann man im Kreis laufen, wie man sieht. Hier sind wir, ne hier. Hier haben wir noch nie gesehen. What the? Danke. Fuck you bitch. Wie man sieht, hat das Haus für mich zusammen. Ja, man muss ja nicht renovieren. What? Yes. Ich frag mich, wie kommt ne Tier da runter? Ja, wirklich? Unlogisch irgendwie, aber... Ähm, ja. Ähm, ähm, ähm. Da sind sie ja schon dran am renovieren, aber wie man sieht, hat das jetzt nicht geschafft. Die Farbe, glaub ich, hat das hier. Wieso, wieso ist hier ein Licht, dann? Ähm. Awww. Wer küsst sie? Ja, sie muss jetzt am Boden kacken, glaub ich. Ja, wer küsst sie? Schöne Probe! Oh, fuck you bitch. Oh, fuck. Ja. Ich kann mir zwei Zombies geben. Hacker. Hacker. Dirty Hacker! Ähm, Twins. Der Twins. Twins-Zombie. Boah. Ich lebe hab ich noch was. Ähm. Arschloch. Du verdammter. Ähm. Weiter geht's. Da ist die Tür. Da ist schön. Und die Frau schon wieder. Die Tür zu, sonst zieht's. Und die Frau ist weg. Und hinter mir ist gar nichts. Und vor mir auch nicht. Und hinter mir auch nicht. Und hinter mir auch nicht. Und hinter mir auch nicht. Und vor mir auch nicht. Ähm. Ähm. Wo ist sie denn? Es ist weg. Ja, wo geht's her? Magic. Ah, hier. Es ist Magic. Ja, die Tür zu. Und jetzt ist sie hinter mir. Ja, fuck you. Ich schwör. Okay, ähm. Okay. 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 Jetzt ist offen. Ich hab... Tür zu. Und weiter. Sehr gut. Und die Tommy sind wieder da. Oh, ich... Oh, ich hab... Ah, 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 ich hab... Okay, das ist ein Go. Oder... Das ist... Wie man sieht... Toki... Hier hast du Löffel der 2. Das ist Löffel der 2. Ah, ich hab... Ah, ich hab... Ah, ich hab... Oh, der Pumpe. So hab ich dann wie so... Ah, da... Oh, 6 Schuss im Eis. Schuss. Warte... 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 Tür zu, Tür zu. Wo ist die denn? Tür. Ah, da liegt ein Mensch anbob. Der hat das wohl auch nicht geschafft. Das ist einfach ein dirty bitch. Kein Bein... Keine Arme... Ist doch super. Ähm... Pull it! Hier? Ja, was ist das jetzt? Ähm, ja? Was schrauben? Ähm... Wo sind wir irgendwie... Wir sind von ihr gekommen, oder? Oder nicht? Oh... 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 Wir brauchen ein Schloss. Äh... Schlüssel. Für das Schloss. Ja, komm. Ja, ich hab zwei Schlüsse, aber es ist immer wunderschön mit der Waffe, sexy. Ja, wir suchen grad einen Schlüssel... Und wieder... Ich treffe... Ich treffe... Ich bin schlecht. 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 Okay, 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 okay. Ich bin schlecht. So geil, wie der mit der Axt hier so fällt. Loll. Tch, 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 lol. Ah, hier kommt's Moni. Noch gut. Ähm... 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 Echt? Ein Schlüssel. Das ist der Schlüssel? Ja, klar, ich kann die nicht mal hier unten. Der Schlüssel... Und da sind wir da zurück. Oh, Mann. Oh, Mann. Ah, One-Shot. Das ist das für ein Auto-Spieler. Wusse? Waaah, waaah. Muss nicht weinen, Julian. Ja, das ist der Schlüssel. Oh, nein. Oh, nein. Jetzt ist Bzu, Mann! Der Unterlature ist. Bzu ist. Das gefällt mir, Ari. Ähm, das ist jetzt kaputt. Äh, ja. Wir wollen uns wirklich verarschen. Weißt du, du kannst uns nicht zuschauen. Ich will was. Wie ist er da hochgekommen? Wie man sieht, ist alles möglich. Alles möglich, in dem Spiel. Ist der Ton gefällt mir auch nicht? Nein, Leben. Ähm. Kinder. SPIEGEL! Okay. Oh, was macht das? Oh, das war wohl so gut. Oh, oh, krass. Das wollen wir in einer Strecke, wenn wir in einer Strecke aufmachen. Klapp doch zuerst wieder. Warte! Ich hab vorhin Leben gekommen, jetzt hab ich für mich eine 37. Und da war wieder eine Frau. Ich glaub, die Frau hat's auf mich. Aber die werden sie nicht zugeben. Darum kommst du immer noch kurz und schämt dich nachher. Das LING ging ja. Das LING. Das LING, okay. LING, LING, LING! LING, LING! Ja. Ja, drei Kilometer war's natürlich. Was ist das? Ja, ich versteh nicht. Äh, Hölzer an die Wand ran macht. Ja, ich versteh nicht. Äh, Hölzer an die Wand ran macht. Sehr geil, wenn jetzt noch die Füße bewegen kommen und mich anderen würden, ähm, angreifen würden. Ja. Schaff ich das? Schaff ich das? Schaff ich das oder nicht? Schaff ich's nicht? Schaff ich's nicht? Nothing ist einfach so. Also schaff's. Hölzer an die Wand. Und, ah, schaff's. Okay. Ich bin wieder dumm Köln, das gefällt mir auch nicht. Nö. Ja, das ist gut. Yes, Muni! Höpfe! Schwer in der Leiter. Boah, da ist ein Gegner. Oh. Stuhl! Echt? Ein Elefant. Oh, shit. Fuck, man. Hey! Und tot. Äh, ich kann's versuchen. Oh, ja, warte. Oh, ich stehe nicht mit. Ich hab's rausgeschossen. Okay, warte, das ganz gut ist. Auf das hab ich gewonnen. Machen wir mal Switch to the side. Switch to the side. Switching is chair. Chair is switch. Ja, jetzt ist Broxy dran. Broxy. Das kannst du nicht. Das kannst du Broxy. Cooler Typ. Nicht größer sein. Ich kann nicht. High Sense spielen und... Du bist Schulschutz noch lieber. Ähm, ja, ich bin viel zu tief unten. Ja, er ist viel zu tief unten. Und ja, Harve. Ja, tut mir leid, oder? Wie gesagt, seine Maus ist viel zu schnell. 400 DVI. 400 DVI. 800 DVI. 800 DVI. 800 DVI. Habe ich drückt. Kannst du einfach drückt lassen. Tut mir leid. Das ist eine Angewohnheit. Und dann nicht. Verrippt. Also ich wette... Ich wette um 100... Nein, ich sag's jetzt immer nicht in die Kamera. Er fällt runter. Und er hat verloren. Okay. Ein Boot. Ein Boot. Ein Boot. Ein Boot. Ein Boot. Ein Boot. Wie ihr seht, mach ich eigentlich einen Cut. Ein Boot. Ein Boot. Ein Boot. Ein Boot. Ein Boot. Ein Boot. Und da ist er. Ich gucke das. 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 Und da ist er. Und da ist er. Oh, jetzt bin ich erschrocken. Wie man vorhin gesehen hat, war er ein Zombie. Hallo. Ja, ich gucke das. Warte! 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 Wie man sieht, habe ich schon Probleme mit dem Maus. Ja, ja, ja. Warte! 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 Wo war noch was? Guck mal Boden! Ähh! Noch mal mal auf Action! Ohne Licht! Und da! O mein Gott! Doch! Eine gute Idee! Nein, eben nicht! Und dann! Die erschrecken einem aber gar nicht so! Weil die scheiß Zombies! Sieben Prozent, Simon! NOOOOOO! 7%! Huch! Huch! Nimm doch die Pistole, Mann! Wie? Down! Jump, jump! Wie geht noch ab? Der Handwerk ist... Oh mein Gott! Wo ist er? Oh Gott, Junge! Das ist ein kleiner Affe! Ähm, wo bin ich? Ja, ich komm kaum rein! Dann wieder hier, lol! Ja, wie man... Angst nehmen, Axt zu ein! Achse! Ähm, ich weiss nicht, wie man crouchen kann... Halt! Halt! Ganz krippel, aber... Ja, jetzt fällt er aber auch da! Ich muss noch rennen und... Halt! Ja, jetzt müssen wir aber... Das ist da oben noch rauskroppen, ne? Wir gucken gar nicht hin, wir gehen rückwärts! Nein, muss nicht! Hahaha! Und ich bin grad in die hier reingebacken! Nimm jetzt die Pistole, da fährst du kein Leben! Hallo? 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 Das sieht so eklig aus! Halt! Das finde ich nicht die Augechancen zu sehen! Halt! 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 Die Eins! Die Eins! Die Eins! Halt! Ja, was? Ähm... Wir wissen, wie der Rest ist aus! Rechts dort auffahren! Oh, boom! Jetzt komm! Granate dein! Ja, viel Mnition, ne? Ähm... Gar nichts Hier Schrottflinte Schrottflinte Ohhhh, guck die Schüsse an Keine late, ich hab 60 Schuss 36 36 Wie soll ich das machen? Sonst rast mir aus Geh doch Na geh doch Uuuuh, Bro bitch Yes Soll ich dir nicht benutze Tatsächlich irgendwo ne Kiste wo du Flavia Flavia Jemand der Flavia heisst Oh da ist ne Tür Falltür Ich geh da nicht Ich bin zu weiss gekommen mit Achse Hier irgendwo Da ist Leibniz Leibniz Oh Baus Oh ich will nicht noch Evolver Da ist auch noch Munition drin Ehhhh Den hab ich auch wieder Rechts Nehm noch die Achse und Guck mal Ex Oh da ist was gekommen Da ist was gekommen Ähm, grad hab ich was bekommen Aber ich weiss nicht was Ich glaub schon Guck mal die Treppe runter 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 Rummis runter Rummis runter Treppe Halt hier Halt hier Ah da sind noch zwei Eckes Halt hier Bredet's noch mit Gann wieder auf uns vorne Stab Am Ja dann giech mal runter Da ist ne Tür Ah nee In den Kleinen Raum Viernen Hier werden die nicht Aber ich echt würde die Türen Hintun Kleiner Raum Und die Angang Ich hasse-Ginge Ich hab gesagt an Geh doch einfach Und wie erschreckend ist man, dass er unbezahlbar ist. Warte kurz, ich suche mal Geld holen. Vielleicht suchst du gern, oder? Ich sage unbezahlbar, aber hier ist ein Kuss. Wir haben die Schotter 1, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Fick dich. Ja, hab ich gesagt. Fick dich. Das ist der zweite. Christoph! Schau! 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 Oh Gott, Junge Mann, erschreck mich nichts. So, jetzt kommt die Frau, dann kommt ein Zombie auf mich gesprungen und das Licht geht wieder aus. Licht ist aus, sexy. Ja, beladen. Munition! Light is sexy, yeah and he know. Noch mehr Munition. Ja, sechs Schuss. Ja, sechs um sechs. Sechs. Sechs mal dies, sechs wie letztes Mal. Ah ne, nun Revolver. Warte ich ruf gerade mal an. Ah, neun Millimeter. So, so ist besser. Sieben, wieder. Moin. Haben jetzt Zeit, bist du? Ne, ne, ne. Oh, schnell, Mann. Wir sind schon bei einem Mann. Kann das sein? Niemand fehlt, hab ich die Tür gerade abgemacht. Da kommt ein Zombie. Hatschopp. 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 Ab nach unten ist noch nicht weggeworfen. Hatschopp. Boah, Mann, das geht. Ja. Oder, ja, wie. Genau. Reine. Nein. Ich lad nach, obwohl ich noch einen Hau habe. Roll. Roll. Okay. Ah, oh, da ein Fahrrad kommt zu fliegen. Ne, kann sein, dass ein bisschen Tag wird. Das war ein bisschen heftig. Eine Shotgun, geht besser. Ah, scheiße. Ach, Audrey. Ah. Willkommen noch. Ähm. Da kommt ein Zombie nach dem anderen. Mann, da raus. Dann nicht mehr. Zurück? Ich weiß noch. Ähm, jetzt hab ich keine Ahnung, wo ich durchspiel. Oder, gehen wir an, der zu klein. Das spielt gar nicht gut. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das sind viele. Gehen wir mal. Ah. Oh mein Gott. Okay. Gar nicht gut. 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 einmal. petty Address Bat Examples 2% 3% Was geht es nicht du. Okay. ascend Ich denk mal, wir sind bei 23 Minuten. Äh. Was mein Bild игр调 hat. Äh, wir sind bei 23 Minuten. Äh, wir werden... Ja, sorry. Sehen nicht zu gut. Äh, ja. Die werden... Später weiss machen, ich weiss nicht ob wir noch eins zusammen machen können Oder ob ihr, ähm, ob ich es alleine wieder mache Wieso so zwei? Jedenfalls danke, dass ihr zugeguckt habt Doxie in der Haus? Äh, es bin sie in der... und raus Ich wünsche euch, nicht jedenfalls Ich auch Ich hoffe wir sehen uns mal wieder Vielleicht Ja, wir können euch nicht sehen Ja, ihr könnt uns sehen Ja, hier, hallo Okay, ähm... Ich noch mehr überziehen Äh, euer, ich bin sie und... Doxie Ja, sorry oder? Ich brauche so einen Jungs Bis dann auch wieder Bitte Ja Peace Ja, ich bin sie Ja, ich bin sie Ich bin sie Ja, ich bin sie